Natürlich eine provokative Frage, die wir hier mit unserem Artikel in den Raum stellen. Warum wir diese Frage überhaupt stellen? Ganz einfach, diese Fragestellung ergibt sich aus unserer Sicht aus dem jetzt veröffentlichten Insolvenzeröffnungsbeschluss. Hier heißt es, Zitat § 149 Anlage von Wertgegenstände § 162 Betriebsveräußerung an besonders Interessierte § 163 Betriebsveräußerung an Zitat § 162 Betriebsveräußerung an Die ADK hat als konzernleitende Muttergesellschaft das Geld vereinnahmt und andere Gesellschaften weitergeleitet. Alle Tätigkeiten, die die ADK da nach außen propagierten, waren Tätigkeiten als Mittel zum Zweck des Geldeinsammelns, mehr nicht. Genau das ist dann auch eine Erklärung für uns, warum man innerhalb kürzester Zeit so viele unterschiedliche Branchen angepackt hat, denn immer wieder frisches Geld für ein und die gleiche Geschäftsidee zu bekommen ist dann sicherlich wohl eher schwierig. § 162 Betriebsveräußerung an